Anspielen wir nur gegeneinander? Ich nehm dich hops, das weißt du, ne? Hops die sympathische Art und Weise, wie immer. Endstarten Abfahrt. Das soll erstmal ein paar hinzufügen. Den denn? Die und so und den. Achso, Maps meinst du? Ja, wollen wir so wie letztes Mal machen, dass wir immer ein Fahrzeug weiter gehen müssen? Ja, wir gehen immer ein Fahrzeug weiter, damit es auch spannend ist. Aber nicht Fahrrad und den kleinen... Auch Fahrrad? Ne, damit kommst du nicht durch die Strecke, das ist das Problem. Okay, nicht Fahrrad und? Ähm, kleines Motorrad. Okay, ich glaub beim Fahrrad muss man extra Gas geben. Ich glaub ich muss gleich einen Joggy anziehen, fass man mit dem Knie an. Ja, und jetzt? Anders kalt. Ich kenn die Steuerung nicht, Dicker. Ich auch nicht. Geht so wie jedes Randspiel. Aber wirklich. Natürlich steht es mir immer nicht. Ich hab's vergessen. Dann fang ich hier an. Wir gucken uns jetzt an. Zähne runter von 3, 2, 1. So und dann lass uns los. 3, 2, 1. Wolle ich erst küssen kurz. Ich bin ein Horn. Ich bin donkey. Der ist zum Beispiel nicht erlaubt. Warum nicht? Weil der auch kacke ist wie das Fahrrad. Okay. Ach, da musst du auch ein Horn. Ja. Und dann wird immer das gleiche. Ne, das ist doof. Ja. Ich gehe ein weiter so. Dann gehen wir immer ein weiter Abfahrt. Abfahrt ziehen. Wie ging das nochmal? Muss ich Gas geben? Gas geben. Und hier lenken. Und damit ausgucken. Hoch und runter. Rechts und links. Und für die Fans. Ein bisschen. Nein. Nix für die Fans. Muss alles für Christian machen. Nein. Ich habe mich zu doll gedreht. Das ist deine Schuld einfach gewesen. Du siehst auch ein Hörner. Auch man. Jetzt gucke ich die ganze Zeit auf den Chat. Hä? Hör doch mal deine Freundin zu. Lässt du mal den Chat, Theo? Was soll das? Nein. Mann. Guck mal. 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 Ich drehe mich schon wieder zu doll. Ich bin da nicht auch mit. Äh. Äh. Nicht dein Ernst, Junge. Ich muss die Musik lauter machen und ich muss den Kopf herausfinden. Nächstes. Nächstes. Abfahrt. Man sieht es mal wie Scheiße. Ich mach reich. Dabei sein ist alles. Aber gewinnen ist das Beste. Das stimmt. Ich habe gerade gescheckt. Ja. Ich kenne das Spiel halt nicht. Und gleich wieder. Allerechte. Wenn er gewinnt. Okay. Du kommst ja gar nicht in der. Ah. Hör mir auf ey. Scheiße. Spitz eigentlich auch mit. Schön zu sagen. Theo Pro Gaming ist einster. Ich bin einster. Ich schneide es genauso zusammen wie du sagst. Oh. Ich hab gar keinen Bock mehr. Und der nächste Runde. Theo Pro Gaming ist einster. Ich bin einster. Was willst du mir erzählen? Hast du noch eins? Ja klar. Ich bin einfach einster. Ich nehme jetzt den Pet Vibber. Den Pet Vibber. Oh. Kühlschrank. Ich bin gleich komplett leer gerüppelt. Auch Ehre, dass ich den Kühlschrank hier drin habe. Ich habe auch einmal mir in dem Schreibtisch. Ja. Ja. Funktionsverzeichnis. Was zur Zeit nicht hat. Alles gut. Ich hab sie wieder weggemacht. So. Mit oder ohne höchsten Stößchen. Nee. Das kann aus. Oh. Jetzt hab ich den Start verkackt, weil ich auf die Mocke geguckt hab. Du. Echt? Auf die Mocke? Die Mocke. Oh mein Gott. Für die Fans. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin Theo Pro Gaming. Theo Pro Gaming ist einster. Ich sag so, als wie es ist. Einfach so gut, ne? Mit Frontflip. Apart. Das Spiel zeig ich mit. Du fliegst gleich wieder aus dem Bildschirm raus, Bro. Ja, ich bin auch scheiße so rumgeladen. Was? Als wenn. Als wenn ich gut fahre. Und dann lande. Schon wieder verkackt. Weil ich auf den Chat guck. Nein. Du hast die Runde jetzt 0 Punkte gemacht. Ja. Als wenn der einfach vorm Ziel plötzlich. Okay, jetzt bist du richtig weit weg. Ja. Seh mir was anderes, Junge. Ich war einfach besser als du. Spielst du auch nicht mit? Ich wollte keinen. Verarscht wurde ich gerade. Spielst du auch nicht mit? Ich wollte. Ich bin raus. Ich schlägt es genauso zusammen. Chat hat es eine Frechheit. Habt ihr gesehen. Kannst du mir nicht erzählen. Und dann schön mit 0 abgeschlossen. Auf die ganze Zeit. 0 Punkte. Ich habe auch Stimmungswechsel jede Runde. Ohne Scheiß. Du warst so schlecht am Anfang. Und ich war einfach so viel besser. Und du hast einfach nur Lack gehabt. Ohne Witz. Sag ich dir wie es ist. Ja nur weil du schwach angefangen hast. Ach komm. Du bist ja nicht mal ein Bildschirm drin. Du bist so langsam immer. Du fliegst sogar aus dem Bildschirm raus. So langsam bist du. Na alles bis jetzt. Mach mal was für die Fans. Mach doch was für die Fans. Mach ich doch. Mach mir doch. Ach muss man da runter. Ja. Hast du gesehen was ich für die Fans gemacht habe. Digga was ist mit der Map los. Schwer hier hoch es kommt. Aber machbar. Oh mein Gott. Was ist da los zu. Warum spielst du nicht mehr mit. Du hattest schon einen Fehler. Ohne Scheiß. Ich fahre die ganze Zeit ungelungen. Ich fahre die ganze Zeit fehlerfrei. Wenn das jetzt hier so dass deine Ehre ist. Ich fahre die ganze Zeit fehlerfrei. Die ganze Zeit fehlerfrei. Ich fahre die ganze Zeit fehlerfrei. Die ganze Zeit. Ein Fehler zum Schluss. Und du beginnst. Soll ich sonst hier noch ein Schild hin machen. Dass ich wild bin. Ich höre dich nicht. Das ist eine Brechheit einfach. Habe du da richtig Bock noch auf WWE Storytime ne. Ich hab wieder auf den Chat geguckt. Aber ich bin noch da. Und ich wünsch dir dass du nicht ins Ziel kommst. Sag ich denen es ist. Mach doch was für die Fans. Mach ich doch. Lass mir die Fans. Nein. Wie kann ich denn jetzt so. Nein. Aber das Ding ist. Ich kann alles machen was ich will. Ich hatte keinen Donut. Du kommst trotzdem vor mir ins Ziel. Ja aber das ist nicht das entscheidende. Das weißt du schon. Hier bitte. Das ist nicht das entscheidende. Du bist zweiter. Du bist zweiter. Du bist zweiter. Ich hab zu viele Fehler. Jubel du mal du Loser. Du bist zweiter geworden. Der heißt nicht mehr tisch.tv. Der ist jetzt teig.tv haben wir vorhin festgestellt. Ne heißt er nicht. Aber ich hab gute Punkte auch Gold. Mach ich auch das schimpfte Fahrzeug. Das heißt du bist zweiter. Du bist zweiter geworden. Ach das auch nicht. Du bist zweiter geworden. Dadurch. Und drei Fehler gemacht. Du hast vier Punkte weniger gekippt. Ja ja. Okay. Und wenn du gar nicht so das Ziel kommst. Kriegst du halt nur da weißt du. Ich bin Einhorn. Einhorn ist heftig. Einhorn geht immer ab. Oh. Das ist gefährlich mit dem Gerät. Oh mein Gott. Mein Einhorn. Was macht das. Oh du warst du gefährdet mit dem Einhorn. Ich bin Einhorn relativ schwer zu steuern manchmal. Oh. Die Beine wie man so nem toten Herz schlagen die noch. Oh. Die kurzem Kopf geschlagen. Und dann weiter laufen lassen. Das ist doch ein Regenwurm. ob ich dann nicht mehr rüber schaffen kann doch weil doch weil doch weil doch ich bin das eine ist so dämlich nach den kristen dollar jetzt nee ich habe schlau gemacht das geld links der gegner anzuschreien ist erlaubt weißt du welcher bestand noch im u kommt er nach dem t muss mich konzentrieren muss gewinnen wahrscheinlich geben wir beide vollgas und du bist dann was schneller als ich ich hatte vor dem vorsprung du hast mich noch eingeholt guck mal du hast mich einfach überholt wenn ich nun mal besser die das ding und so als maul noch mal was für die fans als wenn du noch da als wenn als wenn dein ding einfach auf dem kopf läuft ich kann nicht mehr kein getränk bei multiplayer okay geiles schlägt gerade das ist echt gut ne wenn du wirst sie meine wie laut meine musik auf den konferen ist von 1-1 bis laut ungefähr gar nicht von 1-1 bis laut laut würde ich nicht mach doch mal was für den walk alone decker noch dafür ja wahrscheinlich falle ich dahin du hattest mich fast wir hätten es fast gehabt oh mein gott ich werde so verarscht von dem spiel hey ohne witz ich bin die ganze zeit vorn und ich fahre einfach besser als du und dann das verarscht mich das spiel ganz ehrlich punkte sagen was anderes weder zwei fehler gemacht warum hast du zwei jahre das spiel hat mir auch verarscht gerade noch gar nicht auf jungen rekord meine hat ja mal kommt nicht mal rüber du musst auch mal was achi die fans mal junge ohne scheiß was du mal was für die fans machen ja ich mache die ganze zeit was für die fans guck mal ja komm wahrscheinlich steht bei mir drei fehler hey ich habe gar nichts gemacht ich werde von dem spiel so verarscht wofür das auch meine körper steht auch mein kopf daran steht bei dem hat dann von dem spiel einfach ein spiel verarscht ein bock gelohnt ein bock gelohnt ja aber auch direkt aber oh mein gott ich mache den perfekten saldo 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 du hast dann mal falsch gemacht du hättest du in den rückwärts machen müssen ich brauch das schon wieder machst du dich für die fans oder was ja weißt du warum du weißt du jetzt warum weil ich kann arsch dir ja davon ach ich mich nicht mach doch jetzt einen für die fans hä ich bin aber noch durch nein ich habe nuller ich bin ich bin ich habe das gefühl sind nur die gleichen karten gerade das glaube ich nicht jetzt bin ich dann langsamer als du ich habe hier zwei macht keinen sinn ja wahrscheinlich dreht er sich um den kopf ja ist aber schwer das ist so wenn wir uns den oh mein gott oh mein gott wie schlau bin ich wahrscheinlich überholst du mich noch oder ja 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 wir können das holen wir können das holen jetzt haben wir gleich viele hast du es gesehen wie ich das geschafft hat es ist ein augen brauchen gleich viele wir haben gleich viele punkte gekriegt also machen auch ihre netze es kann nämlich parat wäre man damit auch mal schreckt dass es damit nicht machbar ist denn immer alles mutig nicht aufgesteckt muss ich auch ruhig er fahrrad ist doch gut war das super parat ist viel schneller als alles und dreht viel besser mal wie ehre fahrrad ist aber er dreht auch da hätte ich jetzt einmal und war dass du die ganze ich glaube ich wünschte dass du dich abtags ich komme nicht mehr oben vielleicht gibt es das special ich bin machbar mit fahrrad du weißt was ich weiß was du meinst mit fahrrad ja jetzt bin ich bin erster obwohl fahrrad war ich gar nicht so schlecht das noch mal das war knapp das war die nüller rennen und endlich die nüller runde nicht gar nicht Untertitelung des ZDF, 2020